Willkommen zurück bei Let's Play Terra Fate of Arun mit dem magischen Dreieck Mr. Duri, Sashia, A.K. Yoshimitsu und Mikandia Immer noch aus der Festung der Hartnäckigen Hallöchen an die Hartnäckigen Hi Servus Und ja, plötzlich haben wir wieder ganz viele Quests Lange Rede, kurzer Sinn Und weiter geht's In die Schlacht. Oh, hier ist noch ein Quest, den hab ich vergessen. Ich stehe für Kayator Ah, ja, die hab ich schon auch noch mal Dann müssen wir wieder hier hoch Ja, also praktisch das gleiche wie Let's Play wieder Ja, da haben wir Täglich grüßt das Murmelt hier, Freunde Ich glaub nicht ganz, oder? Wobei, doch Wären wir ja gleich sehen Allen vorbei hier Ah ne, hier links rum sind wir nicht, Let's Play Ne, da müssen wir jetzt lang Sicher? Ja, wir haben ja nur das Lager rechts, sind wir doch nur rauskrankt Ich mein, wir waren auch hier Echt? Ne, ne, ne Doch, doch Da hat's doch Sashia rauskaut Genau, weil hier sind wir rechts, jetzt müssen wir links sozusagen Ah, da, guck, der Kleine Okay Gut, das war's dann mit dem Kleine Ui 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 Und ich kann mal das bald abschließen mit dem Fragment, ey Ja, eins fehlt mir noch Ja Jetzt vergibt mir das große Fragmentierer Was ist das Fragmentierer? Ich greife jetzt mal irgendjemand an, ey Oh, da müssen wir wieder was sammeln, so Pflanze, gell Wartet aber, dass wir da... Oder Steine, ja Oder Steine Kommst du dann, Duril? Ja, ja, ja Warum, was macht ihr? Ich töte zwar noch einer Oh, Fragment Ich sag schonmal, geht's set, Duril Echt? Ne, Sashia Sashia, sorry Oh, ich hab schon alle Uh Oh, warte mal, oder ne Doch, mach Wir halten den Gegner dann hier auf Ich hab's schon Okay Der Rode ist starb Ja, scharfer Haken Und spektakulär aus Mehr erwartet, oder? Oh, für jeden Ui Das war jetzt Also, go Go, go Sashia Stopp Jetzt Ey, bei mir ist grad wieder krank, ey Mit der Planung, du schaust So Dann hier hoch Das sind wieder die, die legen bei mir voll rum, die Gegner Echt? Die bewegen sich so abartig Ich find das voll eklig Oh, hier können wir eigentlich gleich hochspringen und die ganze kleine killen Aber ich komm nicht hoch Dann machen wir einfach hier weiter, Duril Oder so Dann machen wir es halt um schwere Art Ich hab mein Avatar-Web, ich bin wichtig Dann mach sie fertig, Sashia Was seid ihr, Jungs? Mit Kämpfer, also ich kämpfe Oh, Alter, ich mach voll viel Schaden, ey Ja, weil du natürlich wieder fertig bist Verschlossene Schatulle Mit einer kleinen Dinger da Wo seid ihr? Hier oben Hier Hilfe Komm her, hier Da Sashia Sashia fliegt von mir grad voll durch die Welt, ey Sashia fliegt von mir grad voll durch die Welt, ey Sashia fliegt voll Ich lese mir das nie durch, weißt So, jetzt kommt mal mit, da ist der Nächste, der Letzte Hier Hä, wo? Äh Ah, da Duril Duril Seidn hier Acht Uhr Ja, sorry Jetzt Ja, ich hab doch nichts gesagt, ich bin da einfach geradeaus die ganze Zeit gelaufen Duril gesagt Ja, aber Es kam kein Hinweis, wo ich hin muss Warte, hier Hier müssen wir rein Darüber Oh Na, stopp, hier Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter Hier, Schweule Wo ist das Sashia? Sashia hat hier schon ein bisschen aufgeräumt Ich trommel Ok Bring sie her Ah, ich war drauf Warte Hauptsache alle gehen nicht Und? Das ist gleich mal Bombe, nein Hast du jetzt auch Bombe? Ich hab überhaupt schon Bombe Echt? Ja Ja Na, ok Schock-Inplosion Sieht aus wie Bombe, aber Das hab ich leider noch nie mitgekriegt, sorry Natürlich Ja, Duril, geht's nicht? Moment, Moment Danke Danke Glückwunsch Neue Waffe, neue Waffe Haben wir das schon fertig hier? Ja Wir beschaffen Verzaubern Oh, immer nur Scheiss-Eis-Essenzen Ey, das Verzaubermenü ist auch irgendwie anders, kann das sein? Ja Muss ich dir einfach verzaubern, drücken oder automatisch? Oh shit Guckst halt, was du zum Verzaubern nehmen willst Ey, ich drück einfach jetzt mal drauf, gell? Schmelziger Und sagst nachher hat es vollständige Alka-Hasht verwendet Ja Echt? Ne, ne, halt Göttliches Alka-Hasht nämlich grad Ja Du sollst nämlich, glaub ich, aufsparen noch Kommt ihr klar, oder? Jo Besser denn je Okay Gleich kommt der Duril auch mit seiner mächtigen Waffe Ah, jetzt haben wir alle Ja, die waren jetzt unnötig hier Ah, egal Ein bisschen Beifunker dazu Wie weit konntest du verzaubern, Sascha? Ich hab noch nicht verzaubert, ich warte bis wir dann im Lager sind Achso, ich mach das grad die ganze Zeit schon Äh, ja, jetzt die der Hanna Besondere Rangabzeichen, wo gibt's denn die? Der Hanna rechts, nebenbei der letzte Ist auch irgendwas Ah, hier ist ne Fragezeichen, gell? Blutiger Mana-Konzentrator Boah, wartet mal, ich muss es mal wieder zu euch zu stoßen Äh, ja, beenden Wo seid ihr? Ganz im Eck Hallo? Hallo? Ich komme Der neue Duril ist da Das müssen wir hier ansprechen, ne? Nix zu tun wieder hier Ja Hey, warum steht bei mir die ganze Zeit oben irgendwas mit Avatar-Waffe jetzt? Ausrüstung ansehen, warum krieg ich das nicht weg? So, jetzt ist man noch zu der 1 Das hier steht das bei dir auch da? Ne Jetzt ist es bei mir auch weg Leute, kommt ihr? Ja Bin hier nach dir Warte, dann müssen wir noch Boah Dreimal auf der Film Boah Oh, oh, Duril Was? Ah ne, es geht Lasst ihr kommen, ich bin mächtig Mach durianische Scharte Warte, jetzt Ah, war zu früh Da kommen nur welche, gell? Durianischer Scharte Schleicher Boah, für mir, für mir mächtig Brauchen wir doch gar ne mehr Ne, aber die hast du Geedit Doch, aber die brauchen wir noch da haben Boah, seine Macht Die Allmacht von Durian, oder? Putan, hey Stirb am Gift Braucht es da lang, bis wir mal 10 von den Rangabzeichen kriegen Hat es hier nur die 2, oder was? Ne, da ohne sind noch welche Vor allem droppt das höchstens jeder 2 Das ist, glaub' das Problem Leute, wir reinbegriffen, wir reinbegriffen Alles cool Aber wir sind hier allmächtig Die Allmacht von DMD Oh ja Sashir? Ja Sashir hat grad wieder ein kleines Leg gehabt Sashir fliegt bei mir durch die Wälde hin Geil Na, nicht so geil Geht's, wie geht's Sashir? Es geht Ah, jetzt haben wir ja alle Jo Haben wir alles? Ja Abmarsch Durchzug ins Lager, oder? Ja Yes Boah, das geht's aber schnell Ja Wenn ich jetzt noch wüsste, wie lang die Folge schon geht, wär's super Gar kein Zeitgefühl grad Hm Zehn Minuten Höchstens Okay, dann haben wir noch Zeit Herrlich Ist immer schön, wenn rechts bei den Quests alles so in grün abgehakt ist Ja Sieht wunderschön aus Das kann einiges Questgasm Questgasm War geistig hier Da war wieder gut Gold, Herr Hanna Oh ja Gut Gold, hehe Okay Eine ungewollte Alliteration Hammer Der König der Alliteration So Perfekt Jetzt zahlen wir's dem Feind heim Ihr habt schon mit den Armani gekämpft So, Leute, jetzt alles abgegrassed Boah, marschiere wir, Freunde Unfassbar Jetzt teleportieren wir uns nach Arcarom, oder? Ach Oder nur ich Oder du, genau Wo haben wir's denn? Da Dabei Wenn wir jetzt irgendetwas besonderes kriegt, ne, oder? Nö Doch, wir das so was, äh Alkaes der dritten Ordnung Achso, ja, das stimmt Schau, wir das so ein Ohring kriegt, hey Ich hab auch vorhin Ohring allgesagt Die sind zwar nicht mal, die sind zwar nicht mal grün Aber die sind einfach besser, wie die, wo ich davor hatte See, trotzdem, oh Heyo, mach ruhig Mach was du willst Glaub's aber Glaub's aber Wo ist denn mein Schwert? Da muss jetzt wieder die ganze Dinger um, die ganze Kristalle wieder umtauschen in mein neues Schwert Wo ich sag Wo seid ihr bereit? Ich sag's euch, das ist ein Stress Ja Teleporteur Teleportation kommt Ja, teleportier erst Jihah Merci 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 beaucoup De nada Da 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 Die Rückkehr in Acker rum Wo ist jetzt mein beschissenes Schwert? Shit Wo ist denn das jetzt? Du musst noch Otzi Ich find mein neues Schwert nicht mehr Oh my god Ah, da ist Freimuth Verzaubern Ja Ah Na Jetzt noch die Quest hier abgeben Ah Das gefällt mir aber gar nicht hier, das ist die neue Waffe Echt nicht? Meine leuchtet irgendwie nicht Ja, das geht Ja, weil sie noch verzaubert ist Doch, plus sechs ist sie schon Ah Leute, jetzt müssen wir wieder vier Typen aussprechen, gell Ich bin grad verwirrt Vier Typen? Ja Na Ich bin verwirrt, Freunde Dann wird es erstmal plus drei Wird dies mit Freude Och nö, sind die alle hier? Ja, ja, sind alle hier Bisschen zerstreut, aber Typisch Harole Harole Scheucht uns immer rum Gell, das stimmt, das war die vorher auch schon, gell Was liegt an? Gell, jetzt müssen wir genau wieder mit einer gleiche sprechen Die von vorher wirklich? Also von Season 5 irgendwann? Aha Kann ich mich nicht mehr erinnern Ich bin nicht so Großhändlerin Bisschen weiter ohne Bisschen breitere, oder? Nö, nö Schalke Schlangsmarten Kann ich helfen? Ja, ja Ja, ja Das gehört auch dazu Sag mal, wo ist denn die letzte? Äh... Achtung! Hä? Was? Das ist eine Parallelstraße Geht nach Alemantaya, steht hier Und erstattet Kommandantin Freier über eure Nachforschung einen Bericht Oh... Ja, also Die Rückkehr Alemantaya ruft uns Freunde Dann treffen wir uns in Alemantaya Ja? Naja, ich... Wir müssen ja eh fliegen Müssen wir? Ja Natürlich Wie willst du denn sonst noch kommen? F12 Alt und F4 Uff, Velika Ne, sorry Alemantaya Auf nach Alemantaya Ja Du kannst dich ja porten mit Kantia, gell? Ja Bin gerade Boy Oh, ich will auch mich porten Sagir, bist du schon losgeschlagen? Ne Der Duril hebt grad ab Wird er überheblich? Bing Die Allmacht wird nie überheblich So, Freiheit So, Freiheit Hoffe ich, du hast gute Infos für uns Der hat mir fast einen Wasserfall gehört irgendwo Sorry Hm? Hm? Ach ja Herrlich Sashia hat das Gebiet Berg Tiranas betreten Äh? Ja? Wie das? Keine Ahnung Die ganze Zeit hier Das stand gerade vorne, wo ich hier geflogen bin Schon verschickt Du sagst, was Sashia AK Oshimitsu So, benutzen wir mal das Buch Ziel hinzufügen Was fügst du hinzu? Ne, Umland von Alemantaya will ich nicht Das mit Buch, das ist glaub ganz schwierig Du darfst nichts überstürzen Vielleicht kann man keine Städte hinzufügen Das kann sein Erscher geschickt werden Wenn ich nachher kein, äh Wenn mein, äh, Ruf nach Alemantaya, oder wie das Ding heißt noch abklingt Ja Kann ich das Buch einsetzen Mach mal so einfach Wenn ich im Umland bin, bin ich im Umland Das ist richtig Ist korrekt Das ist richtig Was war Prolet? Ich wünsche dir an den Weili-Departner So Umland hinzugefügt Alemantaya hat uns wiedergerufen Kriegen wir die Handschuhe, ne? Kriegen wir die jetzt? Ich denke schon, wenn wir beide freier sind Wäre denn schlecht? Die wird schon was springen lassen Zurecht da, wenn wir auch alles geben Was für eine schöne Stadt Alemantaya Ich bin schon gespannt auf die Heimatstadt der Amani Ich bin schon voll hässlich Oh Sehen wir dann Irgendwann wird es zu weit sein Wow Habt ihr schon mal bei Alemantaya nach oben geguckt? Warum? In den Himmel, das sieht voll geil aus, aber Doch, hat was, gell? Gell, ey Ich finde das sieht voll cool aus So Sehe ich wahrscheinlich nicht Jetzt, dass ich es nicht, wie es das letzte Mal nicht wieder falsch mache In welche, wo muss man hin, um zu der Freier zu kommen? In das Äußere Also Ja, es gibt ja zwei Die zweite Ablegung, nicht die erste Okay Hoffentlich kriege ich es jetzt hin Es wäre ein Es wäre ein Wieso? Du bist doch schon da? Ja, bei dem Portal nochmal Über die Förderation! Ah, ich hab's Hauptquartier Haltet nach Ärger aus Schau Mit Sascha ist auch leider Ich wart dann drin auf euch Jupp So schnell geht es, liebe Freunde Ich eile, ich eile Die Rückkehr zum Hauptquartier mit dem magischen Dreieck Das klang grad so motiviert Ja, voll gelangweich Ja Das war ich gar nicht mehr Absicht, aber irgendwie ist es passiert Steck Schnee drin Hallöchen Freya Hallöchen Pupöchen Kommt ihr oder? Ja Oder soll ich sie schon mal in Aura ratzen? Kannst du ruhig schon Aura ratzen Ich ratze mal auch Die wird hier im scheiß Kern, hey Elfen weisen den Weg Schikanig Wo ist Kaidun? Oh, Video! Oh, dann sind wir ruhig Oh, dann sind wir ruhig Er war ein Krieger, der wusste, wie man Argonen tötet Ein Soldat nach meinem Geschmack Und schließlich wurde er mehr als ein Soldat für mich Er verließ mich ohne ein Lebwohl Weil wir keine Worte brauchten Wir wussten, was wir fühlten Kaidun gab mir diese Kette Solange er lebt, leuchtet der Edelstein Ich sehe täglich nach Und täglich leuchtet er Ich kann ihn nicht retten Es ist nicht erlaubt Doch ihr könnt Und deshalb wende ich mich an euch Ich sehe täglich nach Und täglich nach Ach ja Spürt die Macht des Kerns Immer diese Liebe Echt schlimm, oder? Und wo es immer hinführt In Tod und Verderber Sind wir der Kaidun-Retter, oder wie? Der mächtige Kaidun Und Freya Wir müssen ihren Liebsten retten Das wird wieder eine wundervolle Aufgabe für uns Das weiß ich jetzt schon Mhm Und sind wir Harule-Sprecher Also wir können eigentlich praktisch gleich wieder nach Aqarum Mhm Und Es war ein kurzer Aufenthalt bei der guten Freya Damit sie uns eine weitere ihrer Lebensgeschichten erzählt Hätte man das Buch benutzt Scheiße Ich würde trotzdem sagen Das ist wieder ein gutes Ende für eine Folge Wir müssen erstmal dieses Love-Story verkraften Und neue Handschuhe hermann kriegt Und die neuen Handschuhe Tja Still a better Love-Story than Twilight Genau So viel kann man sagen Und ja, dann würde ich sagen Melden wir uns das nächste Mal wieder aus Aqarum, liebe Freunde Irgendwie führt uns alles wieder dorthin zurück Ganz schlimm Aber es bleibt spannend Juuu Deshalb Adios Und Ciao 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 Ciao